So meine Damen und Herren willkommen wieder zurück zu einer neuen Landwirtschaftsfolge ich weiß nicht wie lange der andere Part ging deswegen habe ich jetzt einfach mal neu angefangen weil es irgendeinen Grund hat meine Aufnahmen aufgehört aufzunehmen ich habe gerade etwas aufgenommen und ich hatte gerade schon ein Thema angesprochen die aber jetzt relativ egal sind wir haben hier, ich habe ein paar Mods wieder drauf gehauen weil ich irgendwo drauf gehen wollte auf eine Map jetzt habe ich aber das kleine Problem dass, ich bin glaube ich gerade vorbeigegangen die Wolle irgendwie vor jetzt bei Null stand und ja ich glaube mehr dazu wollte ich nicht erzählen wir haben ein paar neue Fahrzeuge drin das kann ich sagen Angebot haben wir keine ich glaube da muss ich unter DLC gehen oder? gab es die DLC? nee gut Dreckauer doch es gab hier zurück äh Frontlar nee stopp wo hatte man das? Kategorie Marken hatten wir noch extra aber gut gut okay ich hinterfrags nicht ich weiß da nicht was ich jetzt hier als dies hier oder so habe ihr seht das ja vielleicht besser als ich die hinten die hier hier steht ja da Mod äh den Fenster ach du heilige Scheiße was ist denn das für ein Kaliber? 500 PS 500 PS das tut ja richtig weh der selbst weniger so äh wir bräuchten am besten ja ja was bräuchten wir denn unser Ziel war ja ein Überladewagen und alles zu kaufen hier haben wir die Überladewagen hier war eh 50.000 obwohl hier haben wir die 45.000 brauchen aber dazu ja den ähm Dings hier Tricker den ja und der kostet uns noch 200.000 also ein bisschen viel Lkw war ja auch relativ ziemlich teuer pflügte nur also eigentlich ah ja die Dinger die waren auch geil hier wir haben einen Van können wir uns kaufen ich höre es noch nie was er bringt den gab den sollte ich mir eigentlich auch mal runterladen für jene Dings für die E-Mail fliegel gibt es auch keinen neuen Anhänger hier haben wir die ganzen Gewichte Heckgewicht aha furchtbar achso ja wir könnten auch mit Dings arbeiten aber dafür ist es zu früh so ähm dann würde ich sagen nehmen wir den jetzt erstmal wieder mit hoch ähm x da fahren wir den jetzt wieder hoch ähm x und können nämlich oben den erstmal benutzen hier unten ist ja alles fertig hier brauchen wir erstmal hier brauchen wir erstmal keinen Träger und wenn dann holen wir uns auch mal nochmal so einen kleinen den Anhänger da habe ich ja auch nur da gelassen der ist ja für für die Dings äh von denen könnte man eigentlich mehr oben gebrauchen da bräuchte ich für unten noch einen Ballenwahl äh Ballenanhänger also was ähnliches da die bop 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 hier eine vorderbande nicht gewicht auch nicht autos auch nicht schneidwagen proben auch nicht tiefladen nicht dolly nicht diverses wahrscheinlich auch nicht ne schilder haben wir auch nicht schiebeschilder hier auch nicht hier jetzt auch nicht forstgeräte nee kann man auch keinen benutzen sägenpau auch nicht naderwagen center mehwerk güllefass ah ja wir haben auch den mobilen güllefass düngesteuer saatmaschinen gruber flug überladewagen kipper gibt es auch so viele 50.000 ach du scheiße äh halt wir sind bei kipper stehen geblieben rübenernte nein kartoffeln nein ne schneidwerk nein erntemaschinen nein lkw nein hier nein überall nein aber irgendwo muss es ja für die ballen und sowas geben paletten ms irgendwo muss ja auch hier ja wir heuern sowas muss ja auch irgendwie striegel schwader ballentechnik hier hier der brandner wäre das einzige aber da wird wahrscheinlich der dings nicht hochkommen den bricht man dann warte challenger auch sehen aber alle eigentlich gleich aus also da hätten wir ihn ein wäre hier mit 12.000 15 10.000 9.000 9.000 wir müssen ja auch ein bisschen Ordnung hier schaffen ähm und dann gibt es natürlich über den äh gewichten zielbare objekte eine Sache die man dann dazu gebrauchen könnte äh wo habe ich die schon runtergebrochen Farming Tabelle ich weiß nicht was das soll eigentlich hatte ich mal so eine kleine rampe runtergeladen da würde ich sagen m 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 it m m m m m m m m m aber man war den itr 926 und das muss ja nie das wetter usnander itr alter ist alles so irgendwie reinfuck hier auch da braucht man itr 923 920 da hängt die das zeug an oder andere ist hier für diese stelzendinger mit dem tetra genau wir bräuchten den zum hochziehen am besten wo ist der so muss er mehr mut sein kapiere ich jetzt nicht gut okay der ist fast vor dem teil da wollen wir den jetzt ist mir warm wir sind wir ja fast hier fertig da komm mal ich will schon nächsten bad ach ich hab schon alles geklärt leute ich hab schon alles geklärt ich will mal sagen wenn euch der ganz bad gefallen hat klickt man auch noch ein wenig deinen daumen und schreibt man natürlich in den gucktaube natürlich mehr davon sind auch nicht dann bis zum nächsten mal sagt er wenn sie tschau tschau